Ich hoffe, das klappt jetzt mal so, wie ich mir das vorstelle. So ein bisschen abgebogener Weg, der dann hier so zum Lagerhäuschen führt. Wo haben wir Kies? Da ist Kies. Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Ja, das funktioniert doch. Das ist doch wunderbar. Das ist so ein kleiner abgedrifteter Weg, sage ich jetzt mal. So nicht ganz total gerade. Muss ja auch nicht immer alles total gerade sein. Das kann ja auch mal so ein bisschen schief sein. Sieht ja auch eigentlich viel schöner aus, finde ich, als wenn normales Kerzen gerade ist. Und dann hätten wir da so einen kleinen Kiesweg. Der uns schon mal da so hinführt. Zu unseren Lagerhäuschen. Doch, das ist gut. Jetzt gehe ich mal kurz rein und schaue mich mal um, was die anderen Dinger da machen. Die Dingsbums hier, wie nennt sich das? Die Fensterscheiben, ob die jetzt schon so langsam bereit sind. 17 Stück mal Glas. 17 34 und dann müssen wir mal in die Werkbank. Irgendwie war das ja, wie war denn das nochmal mit dem Glas? Oder war das für das normale Inventar? Äh, wie war das jetzt nochmal Mist? Jetzt komme ich da schon wieder ganz durcheinander. Wie war denn das jetzt? Das war doch irgendwie ganz... Eine ganz simple Sache. Aber ich natürlich, so typisch wie ich bin, kriege ich das jetzt gerade mal nicht hin. Glasscheibe. Bin ich jetzt doof? Bin ich jetzt ehrlich zu doof dafür? Das gibt es ja gar nicht. Oder geht das jetzt anders? Sonst müsste ich jetzt wirklich gleich kurz mal in dem... In dem Wiki nachgucken. In dem Minecraft-Wiki. Wie das jetzt nochmal genau gebaut wird. Aber ich kann mich doch jetzt nicht so total täuschen, dass ich das nicht mehr hinkriege. Hä? Leute, bin ich so... Bin ich so doof jetzt gerade? Oder... Hä? Hä? Ne, also irgendwie... Glas. Also über die Werkbank geht es nicht. Hat sich da wieder irgendwas geändert? Oder war das alles voll hier mit Glas? Ne, das kann nicht sein. Ach doch, ach so war das. Ach. Schon wieder ganz vergessen. Ja, zwei Reihen müssen befüllt sein. So war das. Also konnte ich mich doch so teilweise noch daran erinnern, wie es richtig ist. Ach so, gut. Ach, haben wir doch schon 64 und 19. Ach, das reicht doch schon ganz gut. Ich will damit ja nur das da vorne ein bisschen füllen. Dann reicht das ja schon völlig. So, Glasscheibe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht machen wir nochmal woanders auch noch ein Fenster. Muss ich mal gucken, wie es kommt. Lass mich dort vorne ran. Und dann... Und dann... Zack, zack, zack. Und dann ist das Fenster Nummer 1 befüllt. Dü, 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 dü. Der. Und dann... Der, 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 der. Wunderbar. Gut. Ob ich natürlich später noch was brauche, muss, kann ich einfach mal aufbewahren. Brauche ich ja eigentlich nicht irgendwie wegwerfen oder sonst was. Worüber uns jetzt mal Gedanken machen müssen, ist echt das Dach. Das Dach wird noch eine schwierige Geschichte, denke ich. Ich will ja auch kein Flachdach. Ich will das ja, glaube ich, auch hier so, wie es beim Häuschen hier ist, mit... Ja, so ein kleines Spitzdach, so wie wir es hier beim Häuschen auch haben, so wie wir es beim Lagerhaus auch haben, weil ich nicht immer so ein einfaches Flachdach haben will. Das gefällt mir ja nicht so. Und ich könnte mal beim... Bei der Werkbank... Mal kurz schauen. Wenn das so klappt... Solche Treppchenstufen... 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 32... Hauen wir hier mal ein bisschen mehr rein. 64... Und dann machen wir mal nochmal ein paar 32... Ja, das reicht erstmal. Dann müssen wir das Ganze jetzt sowieso erstmal ausprobieren. Ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Ach, wie schnell die Zeit vergeht. Wenn man hier also am Machen und Tun ist. So. Steintreppchen... Dann müssten wir jetzt erstmal irgendwie da hochkommen. Irgendwie müssten wir jetzt erstmal hier hochkommen. Haben wir jetzt Erde mit? Ja, Erde haben wir auch mit. Gut. Dann muss die Melone mal kurz weg. So, dann machen wir es mal so... Und dann könnten wir theoretisch... Nee, du kommst mal weg. Jetzt müssen wir das Ganze erstmal hier rüberbauen irgendwie. Und dann müssten wir jetzt... Irgendwie beginnen... Die Frage ist nur, wie... Die Frage ist nur, wie... Beginnen wir jetzt damit. Gut. Ich baue mir das Ganze jetzt mal irgendwie so zurecht. Nee, du musst weg. Dö, 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 dö. So, dann können wir nämlich jetzt... ...mit den Stufen hier ohne Probleme beginnen. So, wie es sein soll. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich bin abgestürzt. Ich bin abgestürzt. Ach, Mist. Na, dann können wir ja eben doch mal kurz schlafen gehen, damit es immer wieder hell wird. Ach, bin ich abgestürzt da. Mist. Da kommt es nämlich schon. Wenn man dann so in Konzentration steckt und dann die ersten Fehler passieren. Na, dann legen wir uns kurz schlafen. Dann müssen wir da hell. Können wir auch viel besser... ...viel besser gucken. Dann sehen wir viel mehr. Ja, Mietzi, Mietzi. Mietzi, Mietzi. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Ich bin eine kleine Mietzi. Und Mietzi gerne herum. So. Dann bauen wir uns mal hier wieder rüber durch diese Weltgeschichte. Und da kommt da ein Dings hin. Und dann müsste hier der... ...der Block. Und das funktioniert auch gut. Die Dinger verdrehen sich ja mittlerweile immer so... ...wenn man immer so ein bisschen falsch steht. So. Kommt das aber ganz gut hin. So, der nächste müsste dann... ...da hin. Ich muss nachher sowieso mal rechtzeitig gucken, ob das dann auch mal hier noch passt. Aber wann die Mitte ungefähr kommt und wir dann wieder abwärts gehen müssen... ...wird wir auch wirklich so ein Spitz da hinkriegen. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle. Dass ich hier nicht den... ...den Abwärtsgang mach. So, der kommt weg. Du kommst wieder weg. Zack. Dann muss der nächste. Zack. Nee, der ist falsch. Du musst hier vorne hin. Nee, du musst weg. Du gar nicht. Du musst da hin. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann haben wir ja noch die anderen 64. Wir haben uns ja was ganz Gutes hier aufgehoben. Zack. Der. Der. Und der. So. Du. Du kommst natürlich wieder weg. Und dann geht das gleiche mit dir hier weiter. Das ist wie so eine Fließbandarbeit. Der eine ist gerade fertig, dann kommt der nächste und wird abgearbeitet. Nee, gar nicht wahr. Falsch. Falsch, 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 falsch. Ganz, 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 ganz falsch. Du musst da hin. Und ich hab das Gefühl, wir kommen langsam Richtung Mitte. Wir sollten gleich mal gucken, wann wir wieder abwärts müssen. Damit wir das nicht verpennen hier. So. Nee, 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 nee. Nee, da kommst du wieder weg. Hier komm ich jetzt auf das Laternenlied. Ich hab auch irgendwie manchmal so einen kleinen Schaden. So, ich glaub wir müssen noch viel weiter. Hier ging's los. Zweiter, dritter Block, vierter Block, fünfter Block. Das geht erst bis zum vierten, also wir müssen noch ein Stückchen. Dann würde ich das nachher rechtzeitig aufpassen, wenn wir dann wirklich hoch müssen. Ich kenn mich nämlich, ich werde das dann ja total verdaddeln. Und dann haben wir das Malheur. Also, wir müssen, ich guck erstmal ein bisschen erstmal abziehen hier, so. Das wäre dann da der nächste. Dann hier, dann da. Der müsste noch, der müsste dann der noch. Und dann müsste der noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben wären dann noch übrig. Beziehungsweise acht. Wie viele haben denn insgesamt, wenn wir jetzt nur diese Holz... Ach nee, ab dem Holz dürfen wir... Nee, wir müssen ab dem hier vorne zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vier... Äh... Nochmal neu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. So, und hier haben wir jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf... Hm... Hm... Zwei, drei, vier, fünf... Fünf wäre das. Und ab dem sechsten geht's weiter. Das heißt, ab hier... Ab dem sechsten... Der siebte und achte, oder der achte und neunte, müsste dann irgendwie... Äh... Gleich groß sein. Ich muss doch gleich... Ich kann mal abschätzen, wenn ich so weit bin. Erst dann... Sehe ich das auch wirklich, ob das hinkommt oder nicht. Hm... So, da kommt jetzt der nächste hier. Zack, zack. Und dann kommst du da ran. Beim Haus haben wir das ja auch irgendwie hingekriegt, wenn beim Haus hat das ganz viel länger gedauert. Ich dann noch viel mehr geguckt hatte und ausprobiert hatte ob das auch so hinkommt. Eigentlich sollten wir jetzt daran jetzt schon wenigstens so ein bisschen geübt sein. Das würde ich mir ganz so lange dafür brauche... Eigentlich, aber bei meiner... Bei meiner Kunst kann ich mir das wahrscheinlich nicht vorstellen. Aber was soll's. Und dann bekommt ihr oben richtig Ausblick Was dort unten so geschieht Aber die Monster haben wir ja zum Glück jetzt ausgestellt Sonst würden die uns wahrscheinlich hier 5 mal Alles weg explodieren Und dann würden wir wahrscheinlich zu nichts kommen Und dann das nächste Stückchen Ich weiß nicht, müssen wir jetzt schon wieder runter Oder kommt das noch hin? Ich weiß es nicht Ich will ja auch nicht in der Reihe zu viel haben eigentlich Du sollst da ran So, da kommst du hin Und der letzte So Und dann muss ich mal kurz gucken Bis wo wir jetzt gegangen sind Bis da Das heißt Doch, der ist es Bis da Und dann müssen wir jetzt Wenn wir jetzt noch einen weiter gehen Dann würde der ja gerade gehen Das wäre dann hier Und dann müssen wir jetzt zwischen diesen Blöcken mal zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dann kommt der mittlere Bei 8 Und dann müssen wir noch diese Seite Und dann müssen wir noch diese Seite Oh, das sieht weniger aus Das sieht weniger aus 1, 2, 3 Äh, schon wieder verzählt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ihh, das sind nur 7 Wir sind schon zu weit Mist, wir sind schon zu weit Der darf nicht mehr gerade gehen, diese Reihe Diese hätte gerade gehen müssen Ei, 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 Mist Sind wir doch schon zu weit gewesen So eine Kacke Der muss schon gerade sein Sonst kommt das nicht hin Sonst kommt das nicht hin Sonst kommt das nicht hin Das heißt Der kommt nochmal weg Und dann kommt nochmal eine ganze Reihe So Nö, nicht so Die Frage ist Wie setzen wir den denn am besten Am besten so in die andere Richtung Äh Ja Nee Nee, nee Nee, 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 nee Nee, 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 nee